Heute geht es um schönes, strahlendes Blond. Dieses Video wird präsentiert von Alexander Zug, Ihr Verwöhnfriseur in Echterdingen. Buchen Sie Ihren Termin einfach online unter www.alexanderzug.de Ich bin Alexander Zug, Ihr Verwöhnfriseur. Um Blond schön und strahlend zu erhalten, ist es unbedingt nötig, ein Blond Shampoo zu verwenden. Denn auch Chlorwasser im Schwimmbad, Umwelteinflüsse verändern den Farbton. Das Blond Shampoo enthält ein violettes Pigment und neutralisiert so den Gelbstich im Haar. Es genügt, das Blond Shampoo einmal wöchentlich anzuwenden. Bei den Haarwäschen dazwischen empfehle ich das Revital Regain Shampoo für koloriertes Haar. Bei den Haarwäschen dazwischen.